Ok Freunde, es geht episch weiter bei Creative Wars. Allerdings bin ich wieder mal planlos hineingestartet. Ich weiß nämlich nicht, was ich bauen möchte. Ja gut, da find ich schon was. So, wie schaut denn aus? Auf jeden Fall hab ich schon mal freie Sicht, gell? Das ist schon viel wert. Ich weiß auch, wie schaut da rum aus? Mein Stuhl, gell? Vom letzten Mal. Mein Liefi, wie geht denn denn? Ich würd immer sagen, ganz gut. Da hab ich schon da aus. Ein Schwein. Wenn das nichts war. Kein Schwein da. Da und die anderen. Die sind ausgebüxt, kann ich sein. Da bin du blöd her. Scheiße. Meine Axt und Monster. Die sind an den Schiffen gegangen. Wie schaut denn da rum aus? Auf dem Acker des Lebens. Da haben wir ein bisschen ausgebaut, gell? Aber ich merk schon, das kannst du nicht sehen lassen. Wobei wir könnten eigentlich noch ein bisschen weiter bauen, oder? Was sagst du denn? Das geht ja noch bis da rum. Warte mal. Der Schiff ist weg da. Das ist weg da. Das ist weg da. Was auch, das können wir mal bis da her, oder? Oder bis da? Brasil ist weg. Ich brauche nämlich mehr Samen. So, sag mal. Jetzt kommen die Araber. Ja gut, weg ist das kein. Und heute mache ich mir erst einmal ein paar Kändl. Simmi hätte ich noch. Ja gut. Was sagt denn? Hüttert. Gebt mir Samen. Einen ganzen Meter. Ich werde einmal alles durchbrügeln. Ich brückel das Korn. Von hinten nach vorn. Ich weiß nicht, das Menü da ist das neu. Ich schau zumindest neu aus. Simmi habe ich noch. Ja, warte mal. Wie hat das gegangen? Geht das? Ja, das dauert noch so lange. Das haben sie noch nicht geändert. Ja, das war ich jetzt einmal. Und das da rum könnte ich ausbauen, gell? Meine Ruhm. Wie schaut das mit dem Salon aus? Ja. Und ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich da irgendwas bauen, oder? Allerdings weiß ich nicht mehr was. Einen Weg, oder? Würde ich sagen. Einen Weg zur Mühle. Jetzt haben wir allerdings da das Problem. So schön. Mein Gott, schön im Fusch. Da haben wir zwei und da haben wir drei. Schön. Scheiße. Das bedeutet im Mühlsatz. Also Bräder machen oder Schmelder machen? Ja, was sagst du? Ich glaube, es wird einfacher, wenn ich da eins weg tue. Schon, oder? Scheiße. Dann muss ich das versetzen. Häft nicht. Sonst passt das nicht zusammen. Dann krieg ich so die Krise. Ich mach's mal ganz schnell so, gell? Geht schon. Dann kommt der da. Warte mal. Dann kommt der da her. Wie schaut das aus. Wie schaut das aus? Gefällt dir das, ha? Ja, und der da, der kommt eins. Ja, und der da, der kommt eins. Doma. Dann gefällt ihm das. Ja, und der da rum. Da muss was anderes gehen. Scheiße. Ja gut, das los ist ja so. Mir wurscht. Ja gut, da hinten raus, gell. Scheiße geil. Das können wir uns zur Noten anpassen. Jetzt muss ich allerdings die Plärme da ebenfalls versetzen. Warte auf, gleich mal in den Masch. Du bleib da, gell? Ich merke schon, da bin ich ganz schön gepusht. Aber hinten und vorne. Und die kommen da, man sieht das. Dann schaut das wieder gleich aus. Ja, die schaut nicht aus. Gibt die besser. Ja, die ladieren. Wollen die weiterhübte? Eigentlich nicht, oder? Allerdings müsste die vielleicht das noch irgendwie umbauen. Sag ich mal. Ja gut, das sehen wir schon. Ich meine, nach hinten soll sie hochfahren. Soll ich das? Und ich müsste da unten die Scheiße aus der Kram. Oh Gott. Da müsste ich die Kram wie ein Bläder. Damit ich da mal in den Keller reinkriege. Da tut mir ein Licht her. Da seht ihr kein Schwanz was. Ja, da könnt ihr in einem relativ großen Keller machen, gell? Ich meine, den könnt ihr bis dahin rumzimmern. Ungefähr. Auf jeden Fall brauche ich da eine Holzdecken. Ja, dann nehmen wir ein bisschen das hier, oder? Ein Wutwohl. Und den Nogeltee erst einmal hier her. Schaut das aus. Das soll die Decken werden. Wie weit geht denn runter? Fünfe. Ich weiß noch nicht, passt da das? Oder ein Tier? Man könnte eigentlich... Eigentlich könnte man das so machen, oder? Ich weiß ja nicht. Wird denn die Decken da drüben? Ich weiß nicht mehr. Ich schaue mich nach. Also die Decken. Vier. Also vier Wände und dann könnte die Decken. Auf der fünften Ebene. Ja gut. Kennst du die aus? Bin ich. Ich geh mir hinten vorne nicht aus. Da brauch ich erstmal meine... Kändl. Jetzt wird nämlich ausgesät. Ja so, die sind aber viel. Ja so, die sind aber schön schuldig. Kannst du nicht da bleiben? Brauch die doch. Für meine Saat. Ich geh mal ein bisschen Gas geh. Damit der Scheiter in den Brunnen kommt. Und... Somit ist das Viertel doch. Perkert rumschül. Na gut, schildreif. So genau nehmen wir es auch wieder nicht. Ja, haben alles getroffen, wobei das stirbt ja schon, das nervt mich, da krieg ich so eine Krise. Hey warte mal, das ist hohl. Und jetzt muss ich wieder, ja, der Hibuskel, gell, der dauert. Und das ist ja mein Geschmack zu lang. Und dann gehen wir dann, ja, wieder her, gell. Okay, dann haben wir da noch zwei Blöds. Wenn das so geplant werden, dann weiß ich nicht mehr. Wobei, ich schau drauf. Zur Not kann man da einfach ein Hecken hin tun, oder? Sehen wir schon. Diese vier Sekunden, eine endlose Gwoll. Also, jetzt mach ich noch eine Reihe und dann werde ich was bauen oder abbauen. Sehen wir schon. Meine Hauke, was sagt er? Das ist wieder demoliert, dieses Klump. Ja, gut. Das reicht jetzt einmal. Ich schau da, so wie eine Kiste. Keine Kiste. Wobei. Die Schwammel. Die friss mir weg. Okay, Freunde. Jetzt möchte ich erst einmal krummen. Die muss weg. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Ebene. Das heißt, das muss alles weg, oder? Scheiße. Das bleibt natürlich sehr wenig, aber heftig, oder? Sonst tut es wieder keiner. Jetzt brenne ich mal durch. Dort in den Acker. Ich meine, ich könnte ein bisschen mit Dynamit hantieren, aber ich glaube, das geht noch hinten los. Das ist auch mit dem Soundtrick, he? Dünner Weg. Der Weg. Die Schuss-Menten. Die Schuss.